Spitzhack ist kaputt, sehr schön. Ich hab noch eine. Ja, ich hab auch noch ein paar. Ich hab sogar eine aus Eisen. Ohlala. So, ich stell mich jetzt mal echt auf die Plattform. Ich meine, wenn die kommen würden und wir würden das nicht merken, das wäre oberst peinlich. Ja, dann stehen sie da vor der Tür und schießen uns einfach um. Was willst du fragen? Ja, wie egal. Ja, darf ich mal fragen, ob irgendeiner zu geilen Action kommt? Im Moment noch nicht. Moment noch nicht. Die Bratwurst hat woanders günstiger. Hat denn jemand vor, zu Action zu kommen? Ich find immer noch, dass sich geile Action falsch anhört. Wenn die Bratwurst günstiger wird? Wie bitte? Wenn die Bratwurst günstiger wird, hat er gesagt. Ach so. Ich find immer noch, dass sich geile Action falsch anhört. Ja. Wie sieht's bei euch aus, Jeremy und Johnny? Ich kann's kaum erraten. Ähm, er antwortet mir grad nicht, wenn ich mir rät. Er ist AFK? Nein, doch jetzt. Aha. Ich bin auch gespannt, ob die kommen. Die müssen jetzt kommen. Ja, wir laufen nämlich hier grad nur von links nach rechts und von oben nach unten. Sollten aber echt nicht rennen, das verbraucht nur zu viel Essen. Ey, ich renn ja nicht, ich lauf eigentlich nur normal. Und ansonsten so attraktive Jobs für mich wären zum Beispiel sowas wie, äh, äh, Politiker, ja? Ja, ja, das, das ist ja... Bundeskanzler, ja? Ähm, Diplomat? Angela. Ja. Ne, aber keine Ahnung, ich weiß... Nicht rennen, nein. Ich weiß nicht, ich hab da echt keine Vorstellungen momentan. Ich auch noch nicht. Ich hab zwar Praktikum mal beim Fotografen gemacht, da ich mich auch für sowas sehr interessiere. Vielleicht hat man's ja gesehen. Ich hab mal ein Bild von meinem Schreibtisch auf Facebook gepostet, da stand ein Grafiktablett rum und die Hälfte hat gedacht, das wär irgendwie so ein ultrageiler Slim-Laptop, ja? Ähm, nein, war's nicht, das war ein Grafiktablett. Und der ist weg, der hat wahrscheinlich wieder Leckprobleme. Aber beim Sprung hatte ich auch grad einen Leck. Okay. Naja. So, er kommt schon mal, meine Güte. Ne, komm, wir gehen jetzt runter, wir suchen die jetzt nicht. Ja, komm, geh mal. Was, was? Hast du... Ich hab Sand und Gravel dabei. Ja, ich nehm ja auch zur Sicherheit noch Sand und Gravel mit. Ja, ich spring mal. Hui! Sollen wir zu anders einen Turm bauen? Nein. Was? Äh, stehen da drei Türme in der Gegend rum? Hm? Äh, sagst du uns Bescheid, wenn ihr zur Action kommt? Jeremy und Johnny. Ja klar, wir warnen dich noch vor. Ja, wir sagen noch Bescheid. Wirklich? Ja, wir sagen Bescheid, wenn wir uns auf dem Weg machen. Okay, okay. Ja gut, dann würde ich fast sagen, lassen wir das Wasser doch einfach mal... Nö, warum? Dann kommen die ja auch einfach hoch. Ich bin schon unten. Ja, die kommen... Wenn die sich hochbauen, kommen die auch nicht einfach hoch. Also, die kommen genauso einfach hoch, wenn sie sich hochbauen. Aber dann verschwinden es ja Ressourcen. Ja. Gut. Ähm, ich mach mich... Gut, warte, ich, äh, rüste noch schnell mein Inventar. Sepplinks brauche ich nicht. Ach komm, ich bin schon unten. Warte, ich mach mir noch ein paar Brote. Nee, warte, wir haben gesagt, wir nehmen das Fleisch mit, wenn wir gehen, oder? Ja. Ich hab Fleisch dabei. Ich hab 64 Fleisch. Okay, dann nehm ich auch noch bisschen Fleisch mit. Lol, du hast echt das ganze Fleisch... Ah ne, hier ist noch 48. Gut, okay. Trotz, ich erst mal die Brote. Action! Oh, wow, ich wär fast in die Hülle gefallen. Aber ich nehm nur einen Lava einmal mit, wenn wir weggehen. Ich hab zwei. So. 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 Gut. Gut, ich bin bereit. Ich komm runter. Du hast wirklich genug Sand und anderen Scheiß. Lol. Manchmal leckt der Server echt ein bisschen. Oh, das liegt am Klienten. Ich weiß nicht, ich hab so das Gefühl, diese Lecks kommen hauptsächlich durch das Sneak-Plugin manchmal. Warte, sneak ich eigentlich? Ja. Gut. Oh, warum bist du soffen? Ich hab echt... Ich hab echt... Ich... Ich glaub, ich weiß es sogar. Er ist an der Luft, er ist offen. Er hat uns immer so was Schönes erzählt. Und zwar meinte er ja, dass uns jemand gespoilert hätte, dass sie in einer Unterwasserbasis im Meer wären. Da sagte ich so, äh... Nö. Und dadurch wissen wir, dass sie in irgendeiner Basis irgendwo im offenen Meer sind. Nur, wir werden sie nicht suchen, denn... Ähm... Das wär unantwortlich. Das wär... Wir werden sie sowieso nicht finden. Weißt du, wie groß das Meer ist? Da ist deine Kuh. Im Wasser. Aber weißt du eigentlich, wie groß das Meer ist? Weißt du das? Ähm, welches Meer? Das Minecraft-Meer hier, oder das richtige Meer? Das Minecraft-Meer ist auch verdammt groß. Ja, alle Meere sind groß. Also, die Kühe mal am besten verbrennen, die geben dann schon fertig gebratenes Fleisch. Warum verbrennen? Weil ich's... Oh, die armen Kühe! Zünd sie an. Ja, gerne. Da ist noch eine. Sie will fliegen. Sie will fliegen. Walsch. So. Dankeschön. Sie springt! Oh, Pfeile und Knochen. Ist auch nicht schlecht. Hier können wir auch mal endlich diese Pfeile und die Knochen einsatmen. Und, ich glaube, ich leuchte das hier auch einmal ein wenig. Damit wir halt die auch schon vom Weiten sehen, weißt du? Mit der Kuh beleuchten muss. Nein. Da ist noch ne Kuh. Ja, ja, hier ist auch noch eine. Fast für dich dich getroffen. Ja, die meinte ich ja, die Kuh. Ja. Naum, naum, naum. So. So. In welche Richtung sollen wir überhaupt? Ähm, gehen wir. Sollen wir vielleicht wieder zu ihrer alten Basis da auf dem Wasser, oder? Zu wessen Mal der Basis? Du weißt schon, da haben wir mit dem Flugzeug gecrashed. Ah ja. Da waren wir ja gar nicht mehr. Das wäre ja so ein erster Anhaltspunkt. Ich komm runter. Okay, das Teil sieht man schon von hier. Ja, aber von hier aus kann man das auch nicht geschießen. Hm. Ach ja, und noch was. Sollten wir sie sehen, bauen wir uns zuerst mal ganz schnell einen Schutzwall, okay? Okay. Du weißt ja, wie stark die Waffen sind und wie wenig Schaden, wie wenig die Rüstung davor schützt. Und nein, Projektile Protection schützt auch nicht davor. Ja. Wenn ich das noch in einer PN lese, raste ich aus. Das haben ja auch welche geschrieben. Das hilft echt nix. Wir haben's gedacht. Projektile sind, damit sind halt einfach die Minecraft-Pfeile gemeint. Aber nicht diese Waffen. Weil die sind nicht als Projektile erkannt. Leute. Was? Die Kuh sah eben aus. Ich räche dich. An dieser Kuh. Ich dachte da... Nein, jetzt haben wir... Oh, jetzt haben wir Rohfleisch. Toll gemacht. Ich hab nicht an der Kuh gerecht. Verdammt, hier brennen die nicht so schön. Oh, schon wieder ein Leck. Wenn ich irgendwie schnell springe oder sowas, dann leckt's. Was ist denn da? Was ist denn da? Hier sind wir wieder bei diesen Bergen. Wo bist denn du? Hier bei den Kühen. Ah. Ja, ich glaub nicht, dass es am Sneak Plugin liegt teilweise. Das kann sein. Komm schon. Wir brennen. Aber schon wieder, immer wenn ich irgendwie renne und sprinte und springe. Mhm. Dann hab ich irgendwie ein Leck. Okay, vielleicht hab ich auch erstmal gleich wieder ins Deck. Ich glaub, die kommen echt nicht so schnell zu uns. Nein, das glaub ich auch. Das darf doch nicht wahr sein. Was machen die denn? Äh, die lassen sich von Zombies töten und ersaufen. Ja? Die haben die ganze Zeit nichts gemacht. Pumpkins. Jetzt sterben die noch die ganze Zeit. Was erlauben die sich denn? Wir sollten aber in diese linke Richtung hier, also nach links da lang. Ja komm, gehen wir nach links. Wir wollen ja nicht irgendwie rechts sein, ne? Nein. Natürlich nicht. Aber wir wollen auch nicht ganz links sein. Wir wollen einfach... In der Mitte gehen! Demokratisch, das hier sieht aus wie ein... Ja. Sowas haben wir auch im Sand. Und das können wir von oben sehen. Unser Haus, mein ich. Mhm. Oh, Eisen. Tun ich auch mal das Eisen hier an. Aber diese Gebilde kommen relativ häufig in Minecraft so, hab ich das Gefühl. Schon, ne? Was Notch sich dabei wohl gedacht hat, oder ein oder anderen Entwickler. Mittlerweile prokuriert das eigentlich fast nur Jab. Ja. 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 Ich geh mal bis zum Höhle hier rein. Okay. Einfach. Deswegen. Können wir noch ein bisschen Eisen farmen. Wozu denn? Wir können's doch jetzt eh nicht brennen. Nur hier nicht. Aber oben später. Sollten wir noch mal brauchen oder andere Utensilien. Tja. Da ist Lord Reaper. Der stirbt. Ich hab keine Fackeln. Oh. 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 Ach, guck mal. Ahahaha. Er ist runtergefallen. Oh. Fall. Janik, geh zurück. Geh da weg. Geh nach hinten. Geh doch nach hinten. Ich geh auch hinten. Nein, gehst du nicht. So. Oh. 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 So. Die backen aber ganz schön lang. Back dich nicht durch die Wand. War ich dir doch verboten. Es gibt schöne Spiele. Ich glaub da unten ist ein Spawner von Creepern, ne? Hm. Ah. Das wär echt so geil, wenn wir jetzt endlich mal viel Schwarzpulver hätten. Sammelst du Schwarzpulver auf? Ne, hier ist kein Creeper-Spawner. Schade. Aber Eisen ist hier. Das ist auch noch mehr Eisen. So. Jetzt hast du... Ja, du hast das ganze Schwarzpulver eingesammelt. Ähm. Wär wirklich. Ja. So. Gut. Äh. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch langsam wieder zurück, ne? Jo. Warte auf nicht. Wir brauchen auch Kohle. Ja. Farben wir das hier echt und dann gehen wir wieder zurück, weil ein bisschen Angst hab ich schon. Ja, ich auch. Weil das war so viel Arbeit da oben. Ähm. Und da haben wir so eine gute Position. Ich meine, wir sind da oben in der besseren Position. Die sollten wir nicht aufgeben, diese Position, wegen so einer Sache. Ähm. Ja. Wie gesagt, es tut uns leid, dass es langweiliger wird. Aber es wird spannend, das verspreche ich euch. Weil irgendwann... Bei der geilen Action. Ja. So, aber so viel Kohle brauchen wir nicht, wir haben so viel Kohle, das reicht auch. Ja, bin ich mir nicht sicher, ob wir so viel Kohle haben. Wir haben oben auch noch übern Stack Kohle. Echt? Ja. Ja. Habe ich aber nicht gesehen. Na, da solltest du besser gehen. Ich geh wieder zurück. Tschüss. Warte, warte auf mich. Hallo? Oh, hier geht auch noch Kohle. Hier, Domsel, du hast doch mal gedacht, wegen Battle... Entschuldigung, Push the Talk, mal wieder weg. Das ist die mittlere Maustaste. Wegen Livestreams von Battle, dass die nicht erlaubt sind. Warum eigentlich nicht? Habe ich das gesagt? Ja, Johnny wollte es streamen und du, keine Livestreams von Battle. Ja, das war, wo wir im Vorhaus aufnehmen, dann sollte es natürlich nicht gestreamt werden. Äh, warum? Boah, ach so. Ja. Ah, okay, okay, macht Sinn, natürlich. Ja, das macht Sinn. Komm raus, hier ist ein Monster. Ich komm wieder rein. Okay, äh, wo bist denn du jetzt? Mein Gang. Warte, warte. Ja. Ja, okay. Ich hab noch Eisen. Ich hab 24 Eisen. Ich hab nur 7. Und mit dem Schwarzpulver kann ich mir noch schön ein paar Magazine machen. Ich hab 2 Schwarzpulver. Okay, jetzt gehen wir echt zurück. Mach eins. Oh, Creeper, auch gut. Oh. Ah, ich hab ihn weggeschlagen. Ich erledige ihn schon. Nein, wieso? Egal. Darum. So, komm. Skelett, gib mir dein... Wie viel ich Leben ich habe. Yannick, du musst mich beschützen. Ja, ja, wenn du halt nicht immer vor mich rennst. Wie viel Leben das eben abgezogen hat, Alter. Komm, auf und davon. Oder hast du auf mich auch drauf geschlagen? Nein, hab ich nicht. Okay, aber warte, bitte renn jetzt nicht so weit vor. Danke. Aber ich rauf und davon. So, und ich hoffe doch, dass es jetzt was gebracht hat, dass wir auch die... Mich im Ernst. Wo jetzt stehen sie oben, was? Was? Das ist ein Zombie. Ich dachte schon, da steht einer von denen. Alter. Den Zombie lassen wir einfach mal links liegen. Schwede. Ich hab mich immer noch nicht... Das ist für Schweden da raus. Da muss nicht wahr sein. Moment, ich muss noch was essen. Bleib stehen. Yannick. Ich muss nur kurz den Zombie töten. So, er ist tot. Gut. Und noch eine Schicht. Da... So, meine Güte. Ne, also da oben sieht's relativ nachtlich auch. Ich hab meinen... Ich hab... Oh, und da... Ja, das Telefon deutet. Ich lass dir... Ich lass meine Eltern dran gehen. Ja. Würde ich auch machen an deiner Stelle. Ja. Das liegt direkt vor mir. Naja, ist egal. So, jetzt ist sie dran. Okay. Ich soll das Ding nicht mehr immer in mein Zimmer mitnehmen. Wenn ich aufnehme vor allem nicht. Sieht ruhig aus. Eine Kuh. Ein Grund zur Sorge. Wann wollt ihr euch denn so etwa auf den Weg machen, Jeremy und Johnny? Könnte noch ein Weilchen dauern. Ja. Was heißt ein Weilchen? Ähm... Frag Johnny. Ich werde die Farmen grad Eisen und Kohle um irgendwas... Um sich wahrscheinlich Panzer schicken und Munition zu machen, was denen aber nichts bringen wird. Da müssen sie sich hochbauen für. Ja. Ja, und wenn sie sich hochbauen, schießen wir sie runter. Und runterwerfen? Oder lassen Lava runterlaufen? Ja. Das war auch eine Methode. Aber wenn sie wirklich sich ganz schnell hochbauen und dann schnell was abschießen wollen, dann ist glaube ich das mit dem Runterschießen sicherer. Oder runterangeln. Das wird bestimmt auch lustig. Dann bräuchten wir aber eine Angel. Ja. Wie gut, dass ich eine habe. Du hast eine Angel. Ja. Ich will auch eine Angel. Warte. Dann brauch ich... Ich will auch Angel gehen. Brauchst du dich hier hoch? Ja, da brauch ich mich hoch. In welches Loch muss ich da rein? Gut. In das ganz Tiefe hier. Das hört sich auch wieder voll falsch an. Warte. Nein, das ist Mist. Warte! Nein, das machst du jetzt nicht. Warte. Könntest du doch mal weggehen? Dankeschön. Oh, ich habe eine Fackel. Ich habe keine. Warte. Ja, ich habe Fackeln. Ich... Nee. Ich... Ich... Dann musst du dich halt runter... Äh... Das Ding los. Ja, muss ich mal... Äh... Knochen... Oh, scheiße. Ich habe alles, was wir brauchen. Spinner. Reicht das noch? Komm schon. Nein! Das reicht nicht. Nee, nicht wirklich. Warte, ich spring ins Wasser und du machst es einfach mal weg. So, mit dem... Mit der Fackel. Okay. Dann brauche ich mich lieber auch okay, weil ich... Boah, ich habe... Ey, ich habe ganz knapp das Quadrat getroffen. Du musst den Sand aufsammeln und ich sammle das Gravel auf, okay? Okay. Gut. Warte. Brauchen wir einen String? Nein, brauchen wir nicht. Autsch. Was machst du? Jetzt stecken wir hier für immer und ewig fest.